Huch! Hab ich! Ist stummig! Keine Frau! Ich will das ablehnen. Sophia? Nexus? Du weißt, was zu tun ist, meine Liebe. Ja, mein Liebster. Wir tun es gemeinsam. Als Einzel, das wir sind und immer sein werden. Das Böse ist besiegt. Und ich kann anfangen, alles wieder schön zu machen. Keine Untoten, keine Apothekons, kein Schattenmann. Alle sind fort. Für immer. Aber eins ist seltsam. Ihr Schneeflocken dürftet gar nicht mehr hier sein. Ihr solltet mittlerweile aus der Existenz verblassen. Diese Blutampullen. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Sie sind aus schon versiegelten Realitäten. Sie sollten nicht hier sein. Sie können nicht hier sein. Dieses Paradoxon bringt meine perfekte Welt in Gefahr. Ihr und euer verdammter freier Wille. Was tun? Was kommt jetzt? Hier könnt ihr jedenfalls nicht bleiben. Du könntest uns woanders hinschicken. Irgendwo, wo wir nie waren. Hm. Ich schätze, ich könnte irgendwo in der Geschichte eine Ecke frei machen, wo ich auch den anderen lästigen Scheiß einfach abladen kann. Oder ich lösche eure Existenz aus. Oh, Sekunde. Ich denke... Diese Lösung wäre perfekt. Das war's für heute. Wirklich? Wirklich? Ich warst uns in der Besuch. Das war's für heute. Wirklich? 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 Untertitelung des ZDF, 2020